Herzlich Willkommen zu einer Takt-Folge Overwatch und zwar werden wir heute den nächsten Helden anschauen, aber zu allererst werde ich noch eine ganze Lootbox öffnen Leute, komm schon, da muss was Legendäres drin sein. Oh, zwei Lernsachen Okay, alright, ein Emote von Brigitte Ich finde den Namen so endgeil Wie viele sind das? 150 Credits, geil Ja, okay, war jetzt kein Held dabei oder kein Skin, aber egal Wir spielen Was geht hier? Nix Gutes Wir spielen ein schnelles Match Und zwar spielen wir heute Bastion So Wir haben hier ein Sturmgewehr mit 25 Schuss Rechtsklick Wahrscheinlich heilt das sich da Und zwar haben wir eine Minigun Mit 300 Schuss Alright Leute, wir haben jetzt Bastion und wir greifen jetzt den Gegner an Und da bin ich mal gespannt Ich denke eher, dass der für defensives Zeug besser ist Aber ja Muss jetzt halt klappen, ne? Der ist gar nicht mal so langsam Ich dachte, der wäre viel langsamer Alright Scheinbar kann ich nicht ganz so offen hinstehen Es ist kein Tank eigentlich Der Typ ist echt kein Tank Aber ich finde es schon mal geil, dass ich mich selber healen kann Das finde ich immer gut Und die Waffe ist ja so ähnlich wie die von Soldier 76 Ist ja auch so ein Sturmgewehr mit 25 Schuss Für Midrange ganz gut Oh fuck Aber er macht schon keinen schlechten Damage Okay, ich habe einen Kill, glaube ich Oh Okay, fuck Na, ich werde nicht ganz schlau aus ihm Ich bin noch gespannt auf die Ulti, was die macht Die haben wir gleich voll Wobei, wir haben gleich gewonnen Verlängerung Und Nein, die nehmen gerade nicht eins auf einen, oder? Okay, Ulti Lol, ich bin Panzer Aber ich kann damit nicht umgehen Fuck Oh Ich habe ein paar Kills gemacht Wow, drei Stück Insgesamt Heikel Game Ich glaube, der Typ ist eher für Defense Ist er besser Echt Sehr schön Nimm den Punkt ein Take it Das ist ein anderer Bastion Sehr schön Okay, erste Runde haben wir auf jeden Fall gewonnen Mit fünf Kills Wir haben eine Medaille Wir haben eine Medaille Zwei Okay Naja, eins zu null erstmal Also was ich hier geil finde Ist, dass ich mich selber heilen kann Und zwar ziemlich Extrem auch Und es hat auch kleine Abklingzeit, oder? Okay, dieses Ding hier Der Balken, der runter geht langsam Muss ich halt wieder auffüllen Aber sonst Und dass ich mich zum Minigun machen kann Der ist schon nicht schlecht Aber ich weiß noch nicht genau, wie ich ihn am besten spielen muss Ich würde ganz gerne irgendwo hingehen als Minigun Hier irgendwo ans Eck Hier ist, glaube ich, ganz nice, oder? Die sprayt viel zu sehr auf die Range Holy crap Er ist halt geil, ich kann nicht Komm mit voll heilen Innerhalb von kürzester Zeit Oh, der macht ordentlichen Damage Junge, der ballert richtig schön rein What? Alright Auf den Bogentypen freue mich schon Weil ich glaube, der ist richtig schwer zu spielen Kann ich mir vorstellen Aber der ist richtig stark, wenn man den kann Okay, oh fuck Healen Ja, ich versuch's, ne? Okay, wir haben den Punkt gleich wieder Und Ulti Yes Okay Sehr schön Und Wir haben gewonnen 2 zu 0 Wunderbar, ich hab den Belohnung erhalten Alright Ja Hand zu Auf den bin ich richtig gespannt Ja, das hat er nicht schlecht gemacht Das war Okay, noch ein Kill Okay, 2 Kills Ja, okay 6 Kills als Aufklärer Ja, finde ich stark auf jeden Fall Von diesem Keks So Und weiß nicht, wer das ist so genau Na ja, komm, ich spiele noch eine Runde Was ist denn das? Und eine Bronze-Medaille Okay Okay Solide So Leute, jetzt sind wir in einem Verteidigungs-Match Und Ich denke, das ist passender für diesen Helden Okay, Leute Es geht los Fuck, okay Ja, der muss schon mal besser Erwischt als Wie ihr die letzte Runde Die ihr nicht gesehen habt Die anderen Wo wir es einfach 5 Minuten lang nicht geschafft haben Aus unserem scheiß Gehege rauszukommen Ja, weiß nicht Der Fässer aus dem Charakter irgendwie nicht schlau Ich finde ihn eigentlich ganz cool so, aber Ich verstehe nicht ganz, wie man ihn richtig einsetzen soll Weil er hat halt nicht so viel HP, dass man irgendwie übelst komplett reingehen kann Und als Geschütz Kassierst du halt richtig wie es immer Ja Weiß nicht, irgendwie ist das seltsam Ganz eigenartiger Charakter Komm schon, komm schon Okay Ulti Okay Das Ganze klappt jetzt schon etwas besser Sehr schön, okay Er hilft noch irgendjemand mit schieben oder Okay Dann schiebe ich es halt alleine Genau, wir müssen den nur aufhalten, ne Genau Ich brauche, glaube ich, einen Healer Sonst wird das verdammt schwer Hm Oh Fuck Nein, ich habe gerade die Ulti gemacht Scheiße, ich dachte, ich wäre ihnen so einigermaßen entkommen Okay, ja, wenigstens Na, jetzt sehe ich es, bis wir uns dran halten Trotzdem Was ich habe den Checkpoint erreicht Fuck Ja, moin Dieser Hanso, der killt mich ständig, Alter Was ist das denn? Jetzt habe ich gerade die ganze Abfindung gewartet Jetzt kommt der nicht Das ist auch ein bisschen enttäuschend Na, fuck Ey, schon wird dieser Hanso? Jucki, was ist das denn? Oh, nee Nein, 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 nein Gut, nein, 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 nein Gut, nein, 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 nein Okay, der Panzer hat jetzt absolut nichts gebracht Okay, das bewegt sich langsam wieder rückwärts Komm schon Na, wir müssen noch zwei Minuten aufhalten Das schaffen wir, glaube ich, nicht Junge, dieser Hanso, Junge Och komm Ich hatte den Hund so fast Und dann finischt die mich einfach Oh, okay Er bewegt sich langsam rückwärts immer noch, der Wagen Umkämpft Alter, das sieht richtig Das sieht echt nicht gut aus Komm mal die Scheiße hier mal weg Braucht keine Sau mehr Okay, wir müssen hier gar nicht Irgendwie zu denen schieben oder so Wir müssen einfach nur die Fracht aufhalten Ja okay, doch, doch Das sieht gar nicht mal so scheiße aus Ich habe nur mal wieder richtig Angst vor so einem Genji oder sowas Jetzt vor diesem Ninja Komm jetzt Die kommt da nicht raus Er kommt da nicht raus mehr Ja man Also ich hätte nicht gedacht, dass wir es noch holen Aber wir müssten das jetzt dann gleich haben Verlängerung? Wollt ihr mich verarschen? Wollt ihr mich eigentlich komplett verarschen? Junge Yes, Sieg Okay War jetzt nicht ganz der erste Anlauf Aber wir haben es geschafft, Leute Wir haben es Was ist das da rechts gewesen? Highlight des Spiels Oh, der habe ich gekillt Das ist keine Eile für mich Okay Na schade, wir sind hier nirgendwo dabei Aber 23 Eliminierungen Überragende Leistung, Leute Überragend wirklich Aber ja, Leute Würde ich sagen Bewert den Part Haut rein Und wir sehen es noch nicht so wieder Bis dann Ciao